Die fliegenden Guillotine sind zurück, noch spannender, noch blutiger. Ein wahrer Augenschmaus und ein Meisterwerk des Eastern-Kinos. Die fliegende Guillotine, Teil 3. Wer dem Kaiser, der nach außen als umsichtig gilt, zu kritisch gegenüber tritt, wird von dessen Kämpfern gejagt und gerät ins Visier ihrer fliegenden Guillotinen. Tödliche Mordwerkzeuge, vor denen es kein Entkommen gibt. Wer steckt dahinter? Raus damit! Der Kaiser selbst! Mödsinn! Was wagst du dich? Los! Verstraft ihn! Wenn Sie den ersten und den zweiten Teil gesehen haben, dürfen Sie diesen Film auf keinen Fall verpassen. Atemberaubende Spannung und gnadenlose Action in Perfektion. Die fliegende Guillotine, Teil 3. Der Höhepunkt und das Finale der Eastern-Trilogie. Kämpfe auf Leben und Tod, tödliche Klingen und Frauen voller Anmut. Die Schönheit der Rache trifft auf die Eleganz des Todes. Bang-Jun! Bang-Jun! Gnadenlos spannend von der ersten bis zur letzten Minute. Diesen Film werden Sie nicht vergessen. Na los! Hüten! Die fliegende Guillotine, Teil 3. Der Höhepunkt der Eastern-Trilogie. Die fliegende Guillotine, Teil 3. Lass es dir nicht entgehen. Sei dabei! Die coragsinched wurde. الد , drei預計ren Und ceiling equation. D